Ich habe jetzt noch einen ganz speziellen Aufruf für Sie. Wir kennen das ja alle. Die ein oder andere Problemzone haben die meisten von uns. Mal sind die Falten zu tief, der Busen zu klein oder die angesammelten Fettpölsterchen befinden sich an der falschen Körperstelle. Wenn es Ihnen auch so geht und Sie ernsthaft über eine Schönheitsoperation nachdenken und es für Sie kein Problem wäre, sich von unserer Blickfangkamera auf Ihrem Weg zu einem schöneren Leben begleiten zu lassen, dann melden Sie sich bei uns. Schicken Sie einfach ein Mail mit ein paar Informationen zu Ihnen und vor allem zu Ihren Problemzonen an c.holzinger at rts-salzburg.at. Und vielleicht begleiten wir schon bald Sie auf dem Weg zu einem noch schöneren Leben. Ich freue mich auf Ihre Nachrichten.